Ja, daran gewöhnt man sich nie. Jurassic World Rebirth ist noch nicht mal in den Kinos angelaufen und der Film sorgt jetzt schon für unfassbar viele Kontroversen. Die zum Teil einfach auf Sachen aufbauen, die wir noch überhaupt nicht wissen. Unter anderem soll es ja um einen geheimnisvollen Virus gehen, der von Dinosaurier auf den Menschen übertragbar ist. Und ihr stellt mir Fragen dazu. Ihr stellt mir sehr berechtigte Fragen dazu, die ich hier in diesem Video einfach mal beantworten werde. Denn zum einen geht es hierbei um die Frage, kommt diese Virusidee eigentlich aus dem Nichts oder fußt sie auf etwas, was bereits schon längst im Jurassic Universum verankert ist? Und eine noch viel wichtigere Frage ist die, Tobi sag mal, findest du nicht auch, dass dieser Virus, sollte es wirklich einer sein, so aus dem Nichts kommt? Ich meine, warum war der Virus noch nicht zum Zeitpunkt von Jurassic Park 1 oder spätestens bei Jurassic World Dominion da? Wir haben hier eine unfassbare Zeitspanne. Warum fangen Dinosaurier genau jetzt an, mit unserem Ökosystem Probleme zu haben und nicht schon die 20 Jahre davor? Auch hier gibt es eine Antwort drauf und über die Sachen quatschen wir jetzt mal. Legen wir also gleich los. Viel Spaß mit dem Video. Schieben wir vielleicht erst mal das Anfangsthema aus dem Raum. Ja, tatsächlich, ist die Sache von dem Virus mehr oder weniger bestätigt? Also es wird um eine Art von Virus-Pandemie gehen und nein, um eure Frage zu beantworten, das kommt nicht einfach aus dem Nichts heraus. Tatsächlich gab es die Idee des sogenannten DX-Virus bereits im zweiten Roman von Michael Crichton, also in The Lost World Jurassic Park 2. Da wurde die ganze Nummer nämlich bereits angerissen und es wurde erwähnt, dass Dinosaurier Krankheiten entwickeln können, die sehr schnell übertragbar sind. Das Ganze wurde auch hier als eine große Gefahr dargestellt und wir wissen ja, was die Jurassic-World-Filme wirklich sehr gut machen. Was sogar ich sagen muss, als jemand, der die Jurassic-World-Filme ganz gerne mal kritisiert. Sie nehmen sich immer wieder bestimmte Dinge aus den Büchern und verneigen sich vor Michael Crichtons Arbeit. Auch das haben wir jetzt eben hier wieder. Der DX-Virus wird eine Rolle spielen in Jurassic World Rebirth und sehr wahrscheinlich ebenfalls auch diesen Namen tragen. Gerüchten zufolge soll das nämlich wirklich der Virus sein, den wir im zweiten Buch von Michael Crichton, The Lost World Jurassic Park 2, das allererste Mal erwähnt bekommen. Und in diesem Sinne kann man sagen, ja, diese Grundidee kommt nicht einfach nur aus dem Nichts. Und nein, das ist auch keine Idee, die man jetzt herauskramt, um noch einmal mit der Corona-Pandemie Geld zu machen. Quatsch, alles Bullshit. Nein, diese Idee hatte Michael Crichton bereits zum Zeitpunkt von The Lost World Jurassic Park 2. Nicht vom Film, sondern sogar vom Buch. Gehen wir jetzt aber mal rüber in den Filmkanon, denn die Frage finde ich sehr gerechtfertigt. Und ich habe mir da auch wirklich längere Zeit darüber Gedanken gemacht, weil ihr habt mir geschrieben, Tobi, ich finde das ein bisschen komisch. Wenn das hier ein neuer Virus ist, der plötzlich ausbricht, das kann ja vollkommen sein, aber die Plot-Synopsis zu Jurassic World Rebirth, die sagt uns ja, dass Dinosaurier mit unserem ökologischen System nicht klarkommen. Und das finde ich ein bisschen schwierig, das behauptet ihr zumindest und ich kann das nachvollziehen. Denn Dinosaurier gibt es jetzt ja schon seit Jurassic Park 1, also seit 1993. Jurassic World Dominion spielt im Jahr 2022 war es glaube ich gewesen oder 2023, auf jeden Fall Jahre nach den Ereignissen vom allerersten Jurassic Park Film. Und bisher gab es da doch noch keine seltsame Virusentwicklung. Zumindest nichts, was wir jetzt hier großartig betrachten könnten. Also kommt dieser Virus tatsächlich so aus dem Nichts herausgekrochen, nur um uns künstlich diesen Plot aufzubauen? Nicht unbedingt. Denn tatsächlich bin ich hier auf eine Theorie gestoßen, die uns die ganze Nummer beantworten könnte. Warum taucht der DX-Virus genau jetzt in Jurassic World Rebirth auf, beziehungsweise vielleicht auch schon kurz davor, aber wieso nicht in den Jahren davor? Auf der einen Seite könnte man sich hinstellen und sagen, ja, das liegt eben daran, dass die Dinosaurier ja auf einer Insel gezüchtet wurden, also auf der Isla Sorna oder eben auf der Isla Nubla. Und da war das Klima eben noch angenehm. Da konnten die existieren, weil das Klima da relativ ähnlich dem war, wie vor 65 Millionen Jahren. Jetzt schreibt mir ja nicht in die Kommentare, das kann aber nicht sein. Vollkommen klar, in der Welt von Jurassic könnte das allerdings wirklich der Fall gewesen sein. Denn im Buch von Michael Crichton erfahren wir nämlich auch tatsächlich, dass das Klima auf der Isla Nubla wirklich dem Klima der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren versucht wird anzupassen. Also man simuliert das hier wirklich einigermaßen. Das wurde im Film jetzt nie erwähnt. Man könnte das aber irgendwie auch so als Erklärung nehmen, warum auf der Isla Sorna und auf der Isla Nubla keine Krankheit ausgebrochen ist. Obwohl das dann im Buch später ja trotzdem passiert ist. Wir reden jetzt hier aber über den Filmkanon. Da haben wir nichts erfahren von irgendeinem Klima, was Dinosauriern angepasst wurden. Also könnte man sich hier vielleicht so rausreden und sagen, naja, die Saurier sind erstens genmanipuliert und zweitens sind die hier auf dieser Insel erschaffen worden. Das heißt, sie sind seit der Geburt mit dieser Atmosphäre, mit diesem Ökosystem vertraut und konnten sich dementsprechend anpassen. Und auch hier müssen wir sagen, die Antwort, das passt auch nicht so wirklich. Denn wir sehen ja auch dann wesentlich später ab Jurassic World 2, ab dem Ende von Jurassic World 2 bis hin zu Jurassic World Dominion, da passiert auch nichts großartig mit einer Krankheit. Und die Saurier hier sind auch nicht mehr auf einer Insel. Die leben frei in unserer Welt. Und Jurassic World Rebirth spielt ja nochmal fünf Jahre nach Dominion. Also ja, diese Theorie ist nett, aber erklärt uns auch nicht wirklich, was hier gerade abgeht. Nein, tatsächlich scheint uns das direkte Ende von Jurassic World Dominion zu verraten, warum dieser DX-Virus genau jetzt hervorkommt. Und zwar ist das Ganze eine Szene, über die ich mir persönlich nie wirklich Gedanken gemacht habe, bis sie mir gestern beim Schauen von Jurassic World Dominion aufgefallen ist. Ja, ich habe den Film wirklich nochmal geschaut, zumindest einen bestimmten Part davon, eigentlich für die Recherche zu einem anderen Video. Und da ist mir aber Folgendes aufgefallen. Und zwar in einer der allerletzten Szenen, wo wir sehen, wie Alan Grant und Ellie Settler noch einmal vor einem Kongressgebäude stehen, meine ich, weil sie dort noch einmal vor Gericht geladen wurden. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum sie da sind. Auf jeden Fall müssen sie, glaube ich, ihre Aussagen als Zeugen zu dem Biosyn-Vorfall kundgeben. Und wenn das nicht stimmt, verbessert mich ruhig. Auf jeden Fall sind die beiden hier vorgeladen. Und Alan Grant dreht sich dann noch einmal um und sieht, wie vor so einem Teich ein Kind mit einem Dinosaurier spielt. Und das soll uns eben vermitteln, okay, Dinosaurier und Menschen sind jetzt dazu angehalten, zu koexistieren. Eine Sache ist mir aber hierbei aufgefallen. Wenn wir uns diesen Dinosaurier einmal ganz kurz genauer anschauen, können wir hier nämlich feststellen, dass dieses Tier eine Art von Federfell hat. Und das könnte natürlich auch nichts wirklich Außergewöhnliches sein. Ich meine, wir haben ja auch im Biosyn Valley bereits den Pyroraptor gesehen. Wir haben den Tericinosaurus gesehen. Es gab also bereits ein paar Subjekte oder Produkte, wie Claire ganz gerne sagt, die diese Art von, naja, realitätsnahem Design hatten. Allerdings gab es bisher keine Dinosaurier, die wirklich frei auf der Welt herumgelaufen sind, die genau so ausgesehen haben. Und der Grund dafür wird uns sogar in Jurassic World Dominion erklärt. Denn wir bekommen hier mitgeteilt, dass in der Welt von Jurassic, nicht in der richtigen Realität, da sind die Dinosaurier, die von Biosyn geschaffen wurden. 100% reine Dinosaurier. Ja, unter anderem wird hier in bestimmten Beschreibungen zum Film darauf eingegangen, dass man das daran sehen könnte, dass die Saurier im Biosyn Valley, wie zum Beispiel der Pyroraptor oder ebenfalls auch der Tericinosaurus, so Härchen hatten. Das sollte uns ebenfalls auch das Intro von Jurassic World Dominion zeigen, wo wir auch einen T-Rex sehen, der ja auch so eine Art von Minifell hatte. Ja, im Jurassic Kanon ist das eben einfach so, dass wir daran erkennen, das sind 100% reine Dinosaurier. Interessant wird das Ganze, wenn wir uns jetzt nochmal vor Augen führen, dass 100% reine Dinosaurier nur im Biosyn Valley gewesen sind. Und ja, wenn jetzt wieder einige von euch auf die Arthrosiraptoren zu sprechen kommen, nein, die sind nicht 100% rein vom Genom. Da steckt ja sogar ein bisschen Sorna-Raptor-DNS drin von den Raptoren aus Jurassic Park 3. Das kann man ebenfalls offiziell nachlesen. Also wie kommt jetzt ein 100%ig reiner Dinosaurier, der eigentlich hätte im Biosyn Valley sein müssen, in die freie Wildbahn? Denn wir können ebenfalls festhalten, dass das Biosyn Valley ja als ein Naturschutzgebiet abgeriegelt wurde. Da dürfte eigentlich kein Saurier rausgekommen sein. Worauf ich jetzt nur hinaus will, ist, dass genau dieser kleine Saurier uns sehr wahrscheinlich verrät, warum der DX-Virus genau jetzt herausbricht. Es sind nicht die Saurier, die wir bisher kennen, die Schwierigkeiten haben, in unserem Ökosystem zu existieren. Es sind keine Saurier wie Rexy oder Blue, keine Saurier, die von Dr. Henry Wu genetisch verändert wurden und im Endeffekt ja keine 100%igen Dinosaurier sind. Nein, es sind genau die Saurier, die das Biosyn Valley erschaffen hat, die den DX-Virus jetzt in die Außenwelt tragen. Wenn wir uns nämlich einfach mal diesen Virus genauer anschauen, dann können wir ebenfalls nachlesen, dass in der Welt von Jurassic dieser Virus scheinbar ein Virus gewesen ist, der in der Urzeit existiert hat. Das heißt, dieser Virus ist bei 100% reinen Dinosauriern in der Vergangenheit ausgebrochen. Biosyn erschafft also jetzt 100% reine Dinosaurier und die gelangen irgendwie nach draußen. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit also sehr groß, dass, naja, Biosyn selber daran schuld sein könnte, dass dieser Virus jetzt wirklich auf der Welt zum Umlauf gebracht wird. Möglicherweise stecken die 100% reinen Dinosaurier jetzt die genetisch veränderten Dinosaurier an und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Es gibt einen gewaltigen Domino-Effekt und wir bekommen die Story von Jurassic World Rebirth geliefert. Das zumindest ist meine Vermutung dahinter, dass die ganze Geschichte wirklich etwas mit 100% reinen Dinosaurier-DNS in der Welt von Jurassic zu tun hat und dass das der Grund ist, warum der Virus nicht schon wesentlich früher ausgebrochen ist, weil wir hatten eben früher keine 100% reinen Genome. Jetzt frage ich aber wie immer dich, was hältst du von meiner Theorie? Meinst du, das kann Sinn ergeben? Was sagst du zum sogenannten DX-Virus? Soll ich da auch mal ein ausführliches Video machen über diese ganze Virus-Thematik, wie sie ebenfalls im Buch geschrieben ist? Weil das Thema ist auch sehr interessant. Es gibt auch noch von Michael Crichton bestimmte Notizen, die es nicht ins fertige Buch geschafft haben, die sogar diesen Virus nochmal so ein bisschen weiter ausarbeiten. Die ganzen Dateien sind offiziell veröffentlicht, da kann ich gerne mal in einem Video drauf eingehen. Schreibt es mir in die Kommentare unten rein und ebenfalls eure Meinung zu meiner Theorie. Ich freue mich drauf, von euch zu lesen. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.